Was bisher geschah. Wieso können wir ihn immer bezürzen? Er hat doch hier nicht auf uns. Es hat schon am Anfang nicht geklappt, aber gut. Alter, von mir aus. Hier, wir müssen zusammenarbeiten, du Wichser. Und so geht's weiter. Was? Aha. Guck mal. Holy shit! Holy shit! Ähm, ich will... Ich, was? Wieso trifft mich das? Ja, ich auch. Arsch. Wo ist er? Nein, ich hab ihn nicht. Ehrlich jetzt. Kann ich ihn trotzdem irgendwie anschießen? Nee, wahr. Macht keinen Unterschied. War ein Versuch wert? Fuck you! Ja, dann hol mich doch. Nehmen wir doch mal ein bisschen. Du blöder Saftsack, du. Guck mal, was für eine Pussy er ist. There's only one way this ends. Target the supports. Geht rein. Serberis Thanks you for all your hard work I I Shepard hang on This is Shepard give us your location I repeat is anyone on this frequency we read you give me your look The lieutenant's down our whole zone is collapsing What happened to Shepard did they make it to the temple I saw them Wait I've got a reaper in doubt Please is anybody there I am a goddess No You 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Commander? Counselor? The mission... We've lost our phone truck this year. It's gone dark. How soon will the Crucible be ready to deploy? Counselor, I... I wish the news was better. We didn't get the information. What happened? Cerberus was there. We were... We were defeated. We don't know how to finish the Crucible. I... I don't know what to say. What was the situation on Dacia? Deteriorating fast. The Reapers are there in strength. Then you'll excuse me. There are... Preparations to make. Continuity of civilization to consider. I never thought this day would come. None of us did. I'm... Sorry. Asari forces are in full retreat. It is no longer safe for us to remain in this system. Get us out of here. Shepard. Shepard. I... Nobody could have predicted. Cerberus would reach this year before us. It's my job to be prepared. No matter what. It's my job to be prepared. No matter what. And now Thessia is lost. As is the data on the catalyst. I'm sick of Cerberus beating us to the punch. Let's kick them in the balls first for a change. I'm with James. Anyone know where they're hiding? Anyone? Um... Well, there is something. Let's hear it, trainer. I was able to track Kai Leng's shuttle through the relay and extrapolate his destination. But... The signal disappeared in the Yaris system. Naturally. It's not just gone though. The signal is being actively blocked. How? I'm not sure. But something is interfering with all signal activity in that region of space. Commander. The Yaris system is home to Sanctuary in Little Elf. Sanctuary is a supposed safe haven for war refugees. You think it's worth checking out, trainer? Yes, mom. I do. If specialist trainer hadn't examined the data so astutely, the interference would have been undetectable. She had, ähm, schon öfter bewiesen, dass sie einen echt guten Richter hat, von daher glaube ich, dass da was zu finden ist, wenn sie das sagt. Nice work, trainer. You've given us a shot. Now let's make sure we don't waste it. I was stationed on Horizon in the Lyra system, and you were the only Cerberus presence while I was there. It's a slim lead. Let's hope it's the right one. I don't care how slim the leads are at this point. We've come too far to let Cerberus stop us. I want that protheian data. I want the catalyst. No excuses. Dismissed. Commander, Admiral Anderson is available on VidCon. Ich weiß nicht, ob ich mit dem nach der Niederlage ehrlich gesagt sprechen möchte. Der sieht schon fast fertig aus, wa? Irgendwie sieht der schon, schon pretty, pretty ready aus. Ähm, holy shit. Okay, also wir haben gegen Cerberus abgesch- Ja, sagen wir, es war ein unfairer Kampf und, ähm, wir haben die wertvolle Information verloren, die uns hätte jetzt alles helfen können und retten können und hast du nicht gesehen. Scheiße gelaufen. Müssen trotzdem weitermachen. Ich mein, wir haben zwei, vier Völker miteinander vereint, die sonst im argen Krieg lagen. Also wir haben schon viel erreicht. Wir können jetzt eigentlich nicht aufgeben. Das ist, das wär Wahnsinn. Shepard. Ich hörte über Thessia. Ich würd jetzt nicht sagen, da hinzukommen war einfach. Just Ding. Ich würd jetzt nicht sagen, da hinzukommen war einfach. Just Ding. Ich wusste, dass es nicht in der Zeit, das war einfach, wäre es nicht einfach. Aber ich hab gesehen, Thessia zu fallen und wusste, dass es meine Verantwortung war. Shepard, du kennst, wie viele Male ich mich über die Jahre versuchte? Der erste Kontaktkampfbeuger nach dem Tag war ein mirag. Ich bin hier. Und es sieht, dass ich hier auch sterbe. Sie richten uns an die Reapers und wir nehmen unsere Chancen. Du wirst es machen, Anderson. Und wenn das alles vorbei ist, kannst du mir London zeigen. Ich glaube nicht, dass Shepard das so einfach wegsteckt. Ich glaube tatsächlich, das nackt ziemlich sehr an ihr. Das werden wir jetzt einfach mal ignorieren. Wir werden mit allen quatschen und uns sagen lassen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie wir uns das vorstellen. Weil ich hoffe, die Leute versuchen, uns ein wenig aufzumuntern. Ähm, wow. Salty? Ähm, wie wär's mit... ein wenig Mitleid? Oh, dankeschön. Ontarom. Wird wahrscheinlich eine Nebenmission sein. Werden wir dann machen. Ich glaube, wir brauchen sehr viel von diesem Glück. Und alle, die hier an diesem Schiff sind. Vergessen Sie nicht, dass Ihr Bestes nicht aus... Das... Ah! Nochmal. Aber vergessen Sie nicht, dass Ihr Bestes nicht ausgereicht hat, um mich aufzuhalten. Du blöder Wichser! Hattest einen eigenen Helikopter hinter dir und hast dich jedes Mal in deine verfickte Barriere geflüchtet, sobald ich dir nur ein bisschen angekratzt habe. Halt die Fresse. Egal. Ein ganzer Planet liegt im Sterben, weil Ihnen die Stärke zum Sieg fehlte. Halt die Fresse. Ohne Witz. Ich schlag den so zu Brei, wenn ich den sehe. Die Legende von Shepard muss neu geschrieben werden. Hoffentlich bin ich beim letzten Kapitel dabei. Das erinnere ich mich mit ihrem Tod. Halt die Fresse, Alter. Komm. Komm. One on one ohne Helikopter in deinem verfickten Arsch. Dann gucken wir mal weiter. Oh, das regt mich gerade so auf. Wie kann man denn so stolz auf so eine unfaire Situation sein? Ich verstehe es nicht. Ich finde die überhaupt nicht fair. Alter, ohne seinen dämlichen Helikopter, dann wäre der Brei gewesen. Hätte Schweizer Käse Konkurrenz machen können mit den Löchern. Husa. Wir reden jetzt einfach mal mit... Joker. Bitte munter mich auf. Ja, sehr aufmunternd. Eigentlich, eigentlich nicht. Sie gehen zu Edna. In case you hadn't noticed, we just lost a few million people. This isn't the time. You see this? Tiptree. Little colony out in the assend of nowhere. My dad lives there. So does my sister. Reapers rolled in about two weeks ago. So you can assume that I'm generally aware there's a war on Commander. So why the jokes? Because Edie says that according to your armor's metabolic scans, you're under more stress now than during the Skillian Blitz. Like, more than a coups, where Thresher Maws ate the rest of your squad. And the last time I had a briefing with Anderson, he told me to take care of you. The guy leading the resistance on Earth is worried about you. And I'm supposed to help. Er kümmert sich um Shepard. Auf seine eigene Art und Weise. Und ehrlich gesagt, fand ich, die wird's ja jetzt nicht so unangebracht. Tatsächlich. Ich meine, es ist irgendwie unangebracht, aber... Holy shit. Was... was... was will zu tun? Ah, das fand ich aber süß. Das Gespräch fand ich tatsächlich sehr herzlich irgendwie. Auch wenn man sich angebrüht hat, aber ich glaube, das war jetzt mal nötig. I have a question about human behavior. This isn't the best time, Edie. Perhaps humor? A penguin is driving through the Arizona desert. I'm not in the mood. A lively rendition of La Marseillaise? No. Very well. I will maintain a respectful silence until you indicate otherwise. Shepard ist ziemlich schlecht gelaunt. Hello, Shepard. Puh. So habe ich sie ja noch nie erlebt. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich... Das wird... Holy shit. Ziemlich an ihren Nagen alles, aber... Also, was ich will, mit Gareth zuletzt reden. Ich hoffe, Gareth hat ein paar auf munterne Worte zu verlieren an uns. Deswegen reden wir erst mal mit allen anderen. Okay. Er sagt nichts dazu. Das will ich gar nicht. Ich will hier die Upgrades mal gucken. 50.000 habe ich. Gaffin Pulsgewehr. Ah, nee. Aber ich habe noch ein paar Mots zu kaufen. Und wenn wir ehrlich sind, benutze ich eigentlich sonst nichts von diesen Waffen. Und ich weiß, dass meine Teammates die benutzen, aber ich bin zu voll, nachzugucken, was sie da benutzen. Und das kostet, wenn ich das hier alles mal eben eins upgrade, sinnloserweise. Hallo, James. Sie ist echt nicht auf, zum Mund dann von irgendjemanden. Ähm, es kann es sein, dass sie das erste Mal wirklich eine Mission verpatzt hat. Beziehungsweise wir. Ich will mich da ja gar nicht ausschließen. Ich bin bereit, die Erde wieder zu sehen, Shepard. Ähm, das ist deswegen so sehr angenagt. Und weil das halt so kurz vorm Ziel war, ne? Also, es hätte wirklich die Informationen und dann... Wären wir vielleicht durch gewesen. Aber es scheint unglaublich krass an ihr gerade zu nagen. Also mehr als ich mir jetzt gerade vorstellen kann. Ja, ist auch eine Art und Weise, das zu sehen. Okay, sie hat nichts zu sagen. Das ist auch mal schön. Kriegen wir es da zumindest nicht rein. Nein, ich wette, der Turianer sagt uns gleich. Protianer, nicht Turianer. Holy shit. Was geht hier ab? Wo sind die Anna? Hallo? Warte mal. Liera, Backbordfrachtraum. Backbordfrachtraum? Ach, da ist Liera mit drin, okay. Unterdecktreppenhaus. Oh, da ist auch mal einer. Sehr interessant. Sie ist stark. Das hat sie auf ihre Art und Weise mit der Mutter schon ziemlich krass verarbeitet. Fand ich. Also, eigentlich hat man es ihr nicht wirklich angemerkt. Und ich denke, auch das wird sie jetzt überstehen. Muss sie? Sie hat keine Wahl. Wir müssen ja auch weitermachen, obwohl die Erde unter Attack ist. Was auch immer. Ja, definitiv. Hast du noch was zu sagen? Okay. Jetzt gucken wir mal, was du Nelly und so weiter da unten machen. Sind die am rumknutschen? Ah! Hallo! Süß! Das ist süß! Ah doch, das ist das... Kann ich hier gar nicht sprechen, so kann ich. Dann sind die endlich mal zusammengekommen. Wurde auch Zeit. Das ist es. Amen. Amen. Amen.